Let's Adventure, der verschollene Tempel. Ich habe mir die Map noch ein bisschen angeschaut und hab gesehen, die Map ist schon zu Ende. Das heißt, dieser Aufnahmestopp war voll übertrieben. Wenn wir auch eine Minute länger aufgenommen hätten, dann hätte ich die Map durchgeschafft. Ich lese jetzt nochmal zum Schluss vor, was hier steht. Du, nicht er, hast erfolgreich die dritte Adventure, durchgezockt, übertrieben, ne? Abonnieren und so weiter. Sie war schwer, aha, ne? Sabo LPs, Gänzer. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den. Oder auch mich. Ja, das war also die Map. Und ich bedanke mich fürs Zusehen von dieser Map. Ich würde sagen, wir springen jetzt in die Lava. Und überleben schon. So. Schwimmen in die Lava, schwimmen in die Lava. Okay, das war die Map. Wir sehen uns dann in der nächsten Adventure Map von, ähm, keine Ahnung, von irgendwem. Und danke fürs Zuschauen.